Der Porsche ist ja nicht so schnell wie wir. Hä? Ich dachte, der wird doof. Ich durfte das schon überholen. Wieso hat niemand wiederholt? Weiß ich nicht. Da darf man nicht überholen, deshalb. Alter Maura! Hahaha! Ich fülle jetzt gerne eine Prose bei einem. Ja, gerne mal eine Prose. Bei mir ist es hier. Ja, das ist 2 Minuten. Sieht aber heute ist alles so anders aus. Vader wird gedruckt. Das ist ja mega spektakulär. Das ist aber wirklich nur Kakao. Hahaha! Das ist ja ultra hässlich. Gute Sachen zum 3D-Tournament. Ideen. Geh mit. Was kann man denn ein kleines Token? Ja, so eine Tic-Tac-Pistole, dass man sich so Tic-Tacs gegenseitig in den Mund schießen kann. So, ich lieg da so und sag so, hey Kilian, ich hab Bock auf einen Tic-Tac. Und dann hast du die Tic-Tac-Pistole und schießt mir einen Tic-Tac in den Mund. Das klingt nach einer coolen Idee, oder? Du machst diese Pistole ready und wir gehen Tic-Tacs kaufen fahren. Du hast 20 Minuten. Wie viel Akku haben wir schon? Also jeder ist ungefähr eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde nur? Eine halbe Stunde ist voll viel. Okay, der muss halt auch fliegen, ne? Der muss die Kamera am Laufen halten und fliegen. Und das ist schon ganz schön krasse Aufgaben. Die Tic-Tac-Pistole. Es gibt eine neue Drohne. So richtig Leute, so Geheimagenten gemacht. Die kann man vom Netz trennen. Du kannst landen, mit der Batterie rein. Du kannst die Hotswaffe, die sind die Batterie. Und vom Controller auch. Das ist krass. Du tust laut. Vögel, Männer. 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 Tja. Was machst du denn? Das ist schon sehr windig. Voll lang. Hat schon einen Stupf. Schnell fahren. Zeig dir mal. Es ist keiner schon Stupf. Du sagst, wenn ich das. Das kannst du nicht. Ich dachte, ihr habt nur 70 drauf. Aber das ist cool. Wenn wir gegen den Wind sind. Andersrum geht schneller. Wir sind gerade gegen den Wind. Oh, wenn wir mit dem Wind sagst du, dass wir noch schneller können? Ja. Der denkt gar nicht erst rüber nach. Guck mal krass. Den krassesten Shot hast du nicht gefilmt. Hast du noch gar nichts gefilmt? Also von denen jetzt nicht. Du hast noch gar nichts. Aufnahmeknopf ist immer das erste, was man macht. Ja, schön, dass du dein Leben nach Aufnahmen machst. Das ist mein erstes Mal, ja? Das ist überhaupt nicht dein erstes Mal. Das ist auch nicht das erste Mal, dass du nicht den Aufnahmeknopf gedrückt hast. Ja, wie ist der Stand der Tiktak-Kanone? Ja. Oh mein Gott. Nicht sehr gut. Deswegen ist es, dass ich es falsch rum hatte. Hast du auch gleich gesagt. Ich wollte eine Tiktak-Kanone. Tschüss. Aha. Abspann. Jetzt. Jetzt. Na alles, ich würde es unangenehm sehen. Ich zeig dir schon. Du wirst es unangenehm wieder rausgehen, weil die Leute zuschauen, ne? Du wirst keine komischen Moves machen wie ich. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht ganz und gar nicht. Oh, rechts von mir ist noch jemand. Oh. Oh ja, du gehst da ganz entspannter raus. Ah ja. Ah ja. Haben sie einen Kaliber als bestellt? Soll ich jetzt einfach gehen? Ja. Aber mein Zeug... Aber mein Zeug? Mein Zeug ist noch. Geh jetzt. Okay. Tschüss. Was ist halt deine Kamera, der Idiot? So ein Idiot. Der kriegt halt wirklich nicht wieder. Wirklich, das ist kein Scherz.